Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man seine Tony-Box reparieren kann, wenn diese zum Beispiel von heute auf morgen einfach nicht mehr angeht und natürlich dann auf solche Tonys auch nicht mehr reagiert. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meist tritt dieses Problem lustigerweise relativ kurz nach Ablauf der Garantie auf, dann reicht es aber oftmals aus, wenn man den Akku in der Box drinnen einmal kurz absteckt und wieder ansteckt. Das Ganze kann übrigens auch funktionieren, wenn zum Beispiel hier irgendwie mal Wasser reingekommen ist. Hierfür müssen wir unsere Tony-Box zuerst einmal öffnen, deswegen diese am besten auf den Boden bzw. wie bei mir hier auf den Schreibtisch stellen, damit etwas Druck von oben, das Ganze mal circa eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn lösen. Anhand des Klickens hört man eigentlich auch schon, dass das Ganze jetzt offen ist und wenn wir sie umdrehen, sehen wir auch, dass der Verschluss natürlich schon offen ist. Als nächstes erkennen wir auf der Unterseite eine kleine Kreuzschraube, die kann ich mal mit dem entsprechenden Schraubendreher ganz einfach gegen den Uhrzeigersinn komplett lösen. Und danach lässt sich nämlich auch schon das Polster von unserer Tony-Box ganz einfach nach oben hin entfernen. Wenn wir das haben, können wir auch schon erkennen, dass sich hier unser Akku befindet und er ist jetzt über diese Leiter hier oben mit der Platine über diesen Stecker verbunden. Und deswegen können wir einfach mal an dem Stecker vorsichtig hin und her rütteln und das Ganze auch schon leichter rausziehen. Dann hat sich nämlich der Stecker auch schon gelöst. Jetzt warte ich einfach mal noch ganz kurz und danach nehme ich meinen Stecker wieder und gebe ihn in das entsprechende Gegenstück natürlich wieder richtig rum rein. Und wie du sehen kannst, das Ganze leuchtet, was auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen ist. Falls es bei dir zu Hause noch nicht leuchten sollte, kann es einfach sein, dass zum Beispiel der Akkudefekt ist, wir das Ganze einfach mal auf die Werkseinstellung zurücksetzen sollten oder vielleicht sogar die Speicherkarte irgendeinen Defekt vorweist. Doch hierfür habe ich auch schon spezielle Videos auf meinem Kanal, wie wir das Ganze ganz einfach reparieren können. Wenn es aber wie in meinem Fall funktioniert, dann am besten einfach mal das Polster wieder richtig rum drauf geben. Hierfür kann man sich relativ gut an dem Lautsprecher und an diesen kleinen Löchern hier orientieren. Und auf der Rückseite haben wir dann auch schon wieder unsere Kreuzschraube, welche ich jetzt mal im Uhrzeigersinn mit Gefühl auch schon fest schrauben kann. Im nächsten Schritt können wir auch schon unseren Verschluss unten mal wieder richtig rum drauf geben. Hierfür einfach an diesen zwei Nasen orientieren, dass die natürlich bei der Tonybox auch richtig rum reingehen, so wie in meinem Fall. Und das Ganze danach wieder mit Druck von oben im Uhrzeigersinn eine Viertelumdrehung drehen. Das schaut auf jeden Fall schon gut aus. Und somit haben wir jetzt nämlich unsere Tonybox auch schon hoffentlich richtig repariert. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Ersatzakku, eine neue Tonybox, so eine personalisierte Schutzfolie oder natürlich auch weitere Tonys zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.